so ich hoffe das habe ich gut geklärt gekriegt also bei denen muss ich ernsthaft sagen ich habe das leben ist alles höchste gut und in puncto der erschießt auf jeden fall schnell aber ich versuche halt immer noch trotz alledem nett zu ihnen zu sein ich habe ihnen ja auch gesagt dass ich jetzt die böse bin und jetzt sagen muss dass er leider kein blutamt kriegt von mir aber naja gut nicht dass er jetzt wütend zum anderen krankenhaus fährt und dann sagt er pf 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 ich bin ja schon froh dass er überhaupt hört und den notruf dazu diesen krankenhaus sendet ist schon mal ein vorteil so wissen wir immer dass er das ist das heißt wenn wir keinen bock haben dahin zu fahren dann haben wir keine lust weil wir wissen ja wer es ist ja ich kann von rechts ich krieg natürlich die beschüsse ja ich auch also rechts vor links kollege schnüerschu und vor allem rennen wir gerade fast vors auto hier wusch dich wusch so hopp machst du das noch einmal mit mir dann mache ich dich zu brei das sage ich dir wie eine frau ja der rennt mir grad voll vor ein auto wüderschein entzogen mal ganz kurz wisst ihr wisst ihr eigentlich dass in alkohol weibliche hormone drinnen stecken ja kein wunder warum die männer alle tippen kriegen nein nein wenn ich genug davon kriege deswegen macht ihr auch deswegen macht ihr auch alkohol die bärne hole nee alkohol stecken eigentlich auch hormone drinnen weil wenn ich davon die noch habe pfarr genauso wie katschi einparkt pf 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 h pf ha hast du irgendwelche probleme hättest du eine auf die 12 oder was ja rin何 wurs weg du kleiner ja genau 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 voll die beziehung er wurde gefreint so und genauso wie alle meine kollegen gefreint so sind also außer luna vielleicht nicht ich dachte ich wäre wir werden hier nun ja genau außer nun an ich habe es doch gesagt nun hast nicht gefällt so wieso welche wartet doch in den anderen auf seine chance stippen die beziehung hat er wieder ein bier gezogen dem geht es heute nicht so gut der hat feierabend gemacht ja der hat er heute nacht auch ganz schön einen auf dem urschuss gekriegt auf die zwölf genau weil es keine news mehr gibt bei der polizei ist genau mit seinem unternehmen gescheitert oder die sind alle die ganzen news typen sind weg also falls ihr nachrichtenreporter oder so werden wollt könnt ihr das machen wer würde mich supporten als journalist naja so trocken wie du bist ich dich auf keinen fall es ist so aber philipp ganz im ernst du legst dich auch mit jedem an wir stehen vor den schlimmsten verbrecher aktuell hier auf der insel und du sagst ja sie scheiß junkie sie wo ich mir so denke gleich holt er seine knifte raus und dann war es das schieß für die habe ich gar nicht gesagt ich habe gesagt hier hat der junkie wieder ja und der hat sich voll angegriffen gefühlt ich wollte nicht eigentlich der hat dich entführt hier schon ja ich kann ja noch kein glücker bleiben so lange ist alles gut wenn auf den zug ist es schlecht ja auch dann entführt oder überfältig oder beides naja keine ahnung ich war jetzt die böse also falls irgendwann kommt er wollte mich engagieren ich soll bei dem platz anfangen zu arbeiten alles klar was auch immer die platz sind ich habe keine ahnung das ist eine gang glaube ich echt ok platz das sind die vampire die neuen vampire der platz mögen blut also also nichts anderes wie wir und dann hat er irgendwas gesagt dass er irgendwann unser arbeitgeber ist weil er das krankenhaus und alles übernehmen wird und dann habe ich gesagt ja wenn das denn so und soweit ist dann arbeiten wir halt für ihn dann ist das halt so so 100 jahren später so ich gebe mir jetzt wieder was anderes war wieder ein partner look mit dem herr parker nein ich wollte ich finde das nicht witzig ganz im ernst weißt du eigentlich wie alt der parker ist und weißt du wie alt ich bin nein siehst du also klappe halten wenn man von nichts eine ahnung hat was sagt sie jetzt was zeigt mal deinen ausweis nein ja damit selbst wenn ihr könnt ihr auch gefälscht sein ach schon natürlich ich glaube da rufe ich mal beim pd an ja macht das ich wollte schon immer die gummizellen ausprobieren so telefoniert wer ist und johnny oder ach so johnny der redet jetzt mit dem präsident ob wir über ausland vor einer anderen insel uns nur negativ 15 bis 20 stück einfliegen lassen können da will haben wir gucken wenn man präsent mal reden ob die da irgendwie antrag stellen können und telefoniert hat dreimal auf der raten wir um gerade eine regierung schon macht ich habe gar gerott soll ich da hinfahren soll ich den beruhigen ich habe einen guten draht der will mich engagieren in seine gang der ermordet sich wenn du hoch gehst der ist gerade da oben und hat auch umgeschrien und johnny sagt muss man weg ich bin gerade am telefonieren weil ich bin eben im training zu gehen dran jetzt seien sie mal leise und hat so um zu schreien oh mann 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 alles klar so ktw 2 ist noch nichts richtig und wem muss ich reden dass ich endlich für den indienst einen kittel kriege ich hasse es ich habe in katalog geguckt und ich habe ganz viele kittel gesehen ganz ganz viele ich will den weißen kittel das geht derzeit nicht doch das geht ich habe gestern mit rei geredet ist würde gehen ja ich muss mich noch mal zusammensetzen weil warte mal komm mal kurz mit katschi ja ja ich komme mal kurz schneller mal kurz noch mal ganz kurz im blick was machst du kurz muss jetzt kurz nicht jeder hören ja denn ist schlecht wenn es sich jeder hier und da ach so ja nie so okay aber tut noch mal so nein die sache ist nämlich die dass nämlich die beiderei unsere klamotten her haben die solchen sagen die waren ich darauf vorbereitet für medik feuerwehr lifeguard die schneiderei ist aber bei sich noch schnittmuster zu besorgen dass es dann besserung gibt okay es ist an sich an sich ist es möglich ja die sache dass bevor wir die schneiderei bekommen haben oder wo die schneiderei gewesen ist hatten sie nur eine auswahl an schnittmodellen leitstelle für ktw 2 deswegen ist hat die sache dass ja mit dem mit schnittmodell wie gesagt weil ich wollte auch die leitstelle für ktw 2 ja also finde da hilfe brauchst kann ich doch die leitstelle kommen sofort ich prüfe alarm oder kurz das wird in der regierung sein mit nach stimmt ich ich fahre mit philipp philipp hast du ein auto ich prüfe ich prüfe ich fahre ja mit ich habe ktw 1 und oder waren wir mit dem nef dazu geholt ja schon nef hier den rechts ja ganz gerne fahren wenn du rankommst aber eng eingeparkt ja ich bin schon drin warte muss leitstelle ktw 2 bitte noch mal kommen ich wollte gerade anmachen aus nicht leitstelle für ktw 2 bitte noch mal kommen status 3 nef 2 2 würde zu ausbildungszwecken gerne hinterher fahren ist das genehmigt ktw 2 fährt ausbildungszwecken mit und daher aber bitte auf abstand bleiben wenn es mit dem körper zu tun hat wir wissen jetzt nicht welche große lage uns erwartet kommen jawohl ist so verstanden ist dann die richtigen notruf gerade reingekommen oder so verstanden hat jemand was von es gehört kommen negativ gut für mich zur info nef 2 ktw 1 ktw 2 alle status 3 regierung richtig kommen ja korrekt positiv nef ist gleich am einsatzort wie gesagt für dies alarmiert bitte vorsichtig kommen ja ach so du hast du hast was mit so ein cola keks in der wurstentasche aber jetzt einmal ist es wichtig oder wie sicher ist sicher ich verstecke mich da irgendwie muss ich mich ja verstecken die polizei schon hier alles klar wenn ihr auf 1 leitsteller status 1 regierung ktw 1 status 4 ktw 2 status 4 ja macht diesmal die haben wir auch in den handen kriegen zur betäubung er weg kommt zu mir luna lukas hinter mir aus dem weg hallo wie immer wenn regierung ist es bei uns alarmstufe rot aber leider haben sie denn ihre weiße bluse gelassen ich will kein partner look mit dem herr parker machen ich werde gemobbt dass ich mit dem partner look mache ich krieg das kotzen ich nehme luna luna rette mich ich glaub wie war das wie haben sie das gesagt frau kett sie daten keine männer die in pimme seit zehn jahren nur noch im spiegel sehen können oder so das wird das letzte sein was er hier tut mein gott stehnbleiben verdammte scheiße was wollen sie von mir einfach abknallen ja nee dann muss ich ihn wieder vermuten auch mal versorgt werden oder wollen sie gleich somit mit schusswunde das könnte das könnte die mediziner bei uns auch machen oder ich wollte gerade sagen wenn kommen wir hinterher würde ich sagen dann durchsuchen wir ihn etc und dann können die mediziner sich um seine schusswunde kümmern und dann können wir ihn abhandeln verdammt scheiße ich hab doch gar nichts gemacht man ja genau die zahlen das komische ist sie müssen ja gleich mit dem gespräch das wir gerade hatten hierher gekommen sein wir wurden davor schon angerufen ich wollte einfach neuen namen verdammte scheiße man die bohlen suchen mich doch ja eigentlich prinzipiell auch egal wir müssen das ganz dringend spd tick und tricker nämlich angerufen dass ich wollte mich dann wieder bewerben bei der polizei oder so verdammt man ich habe mich dann nicht erkannt glaube ich man ich hätte einfach meine stimme verständlich verdammte scheiße ich weiß nicht ob das so klappt läuft mit der cracksoft verdammte scheiße man ich hab ich bin widersüchtig geworden nach der hafzeit verdammte scheiße man ja passiert mir auch ständig fragt nach kopfschmerzen zurück hey man ich hab doch ganz klar team lulu und die anderen fahrten ins krankenhaus zurück ich brauche bitte ein taxi ich bin hier irgendwo irgendwo ich bin schon hier hallo mark holen gehen wir wir fahren wir sind die nef 2 wird übernehmen was zum pd und ktw 2 wie notruf von pd ich fahr ich fahr doch jetzt mit zum pd weil der herr waden muss behandelt werden ja es wurde ein dispatch notruf gesendet und pd kommen ok htw 2 status 3 ja ok da fahren wir halt alle dahin wer ist das in der nähe von der bank was kf 1 mit hinterher warum wir auch immer zum pd müssen du bist ganz leise bei mir im moment so warum wir jetzt auch immer mit alle zum pd müssen haben die echt noch mal ein dispatcher sendet ja anscheinend oh man ey was machen die denn ja gut wir sind ja schnell ja wir wir sollen den wir behandeln einfach nur den wayne das wird dann wieder lustig ich guck mal was ich noch alles mit habe gut reicht aus aber der ist doch ganz harmlos der cracky ja der ist auch ganz harmlos bis vielleicht schon eine kurze info ktw 1 ist mit dem patient richtung krankenhaus unterwegs kommen negativ ktw 1 status 1 ja so verstanden könnt ihr mich bitte an der bank abholen kommen ja wir sind schon unterwegs frage ktw 2 kommen ktw 2 ist status 3 auf dem weg zum pd ja machst du das mein kollege ist die änderung ktw 1 übernimmt den neuen einsatz es geht wir sind da wir sind schon da blöd gelaufen gerade eben mit ihm hier philip hat schon übernommen ja dass er ja so ein waghalsigen stunt versucht hat wie der neue notruf der jetzt so hoch ost halber hoch geht kommt nee wir sind am pd wie gesagt nef ist halt schneller ne also nef 2 übernimmt den einsatz kommen ja aber ich denke mal der patient muss mit ins krankenhaus genommen werden und falls jemand sie her schicken können gehen sie mal aus dem weg holen ihnen das fahrrad raus nef 2 ist aber am pd alter einsatz richtig richtig ich hab gar nicht so dort ist aber ja ktw 1 übernimmt den neuen notruf im norden ich brauche aber was mit dem pflaster ja so ist richtig ktw 1 über bastian und britney bb können ja kommen äh ja sind seite eine seite auf dem parkplatz da wo die auspacken ich glaub aua ja ich mein mein kollege der kommt gleich zu sehen und und hilft ihm gleich wunderbar ja der ist auszusehen falsch gefahren hallo ich hab aua hallo bastian einmal übernehmen wir gehen ins pd rein ja wir sind verletzt ja ich bin verletzt gut dann kommen sie einmal bitte mit äh philipp ist immer noch karte nef 2 kommen genau leistest du anwesenden kommen waren die schon hier sind die schon da die sind glaubt gerade unten in den zellen ach ich bin mal wieder zu langsam ja wir hatten genau hier neben auf dem parkplatz gerade ein unfall ja super also nicht wir sondern jemanden dem wir helfen mussten ja der hatte jetzt auch leider einen unfall ja das glaube ich da muss ich mich leider schützen ja das glaube ich zum glück hat er diesmal nicht getroffen ich habe gehört er soll schon öfters getroffen ja der schießt sehr gut so wie ich es schon mitbekommen habe nur leider konnte mein kaliber 50 nicht ausweichen ja dann dann bin ich ja heilfroh ja aber sowas von ich wollte nicht ins gras beißen karte wird froh wenn ihr Bluttransfusion braucht bin ich da verstanden meine Güte ja so viel action hier der kommt der kommt zu mir und sagt ich will einen falschen ausweis ja super wie wollte er denn heißen kdw2 irgendwie hat er gesagt nur hauptsache ich will einen neuen ausweis sofort das ist verstanden ich lasse den britney mit den patienten im krankenhaushause der zieht er den mussten und sagt ich stelle mir sofort einen neuen ausweis aus mhm daraufhin habe ich meine kanone gezogen und habe mir über den haufen gepusht ja ich glaube daran bin ich schuld also der wollte also der hatte bei uns hausverbot und der darf halt nur noch zu diesen anderen krankenhaus kommen und da waren wir gerade ist das hier nein ok jedenfalls wollten wir ihn ja ich sollte ihn ablehnen dass ich kein blut von ihm abnehme weil er finanziert ja nur seine drogen damit und ja daraufhin wollte er mich engagieren bei sich der Paracetamol für mich Philipp untersucht mal den jungen mann da haben sie sich wieder wehgetan ja ich hab das gar ja ich hab das bmx rausbekommen aber zu welchem preis ja geben sie mal mir ihr händchen ja ähm oh man ne und dann wird er gleich zu ihnen gekommen sein weil ist der andere nutren voll keine fünf minuten später ja ja wie das war ganz ganz komisch ich habe einen kurzen satz nach hinten gemacht oder ihn geht es aber gar nicht gut ja also wenn ich ja 35er blutdruck wenn ich so ein schönes mit rufen ktw an die sollen die holen auch abholen ähm welchen karte will irgendeinen oder nef ruf 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 parker meinetwegen dazu äh nef 2 an britney basti hört ähm patient hat ähm blutdruck 230 wir sind unterwegs pass auf dass er dir nicht umkippt ansonsten ist alles gut alles klar danke leitstelle für nef 2 kommen wir benötigen beim pd ein ktw wir haben eine verletzte person ja so verstanden ich komme gleich so schätze ich kann ich für euch noch was tun bevor wir hochfliegen äh nö ich dachte den sollen wir zusammenflicken da unten hier unten hier unten ist keiner wie haben sie gleich in der zelle gebracht oder was äh ich habe doch noch die schusswunde deswegen habe ich mich schon gefragt eventuell ähm ja der bus war schon da ja achso äh ich dachte es gibt auch noch einen notruf oben im großen nicht ja ist wir haben irgendwo einen notruf aber ich äh keine ahnung wo wir müssen jetzt zum gefängnis weil äh einer von euren kollegen uns angefunkt hatte dass da jemand reglos im ding liegt im gefängnis und wir aufschlüsst schließen müssen einen a 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 drauf treten guck mal bitte im computer nach ob der noch welche drin stand hat der blonde herr hier einmal mitnehmen im krankenhaus und verarzten bitte danke 120 was 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 kriegt man denn für fahrrad fahren wenn man falsch fahrrad hat irgendeiner von euch den gefängnis einsatz übernommen der nl ktw 1 ist beim gefängnis des pd soll mit dorthin kommen die sollten sich mit den pd in verbindung setzen ja das ist der herr wain die haben stehen schon weggeliefert eigentlich sollten wir hinterher fahren ich glaube wir fahren jetzt trotzdem noch hinterher war dann erst wo den kdw 1 unterstützen so verstanden ja perfekt weißt du wo das gefängnis ist ja klar da war ich schon mal in sasse oder ja genau echt jetzt ja warum das weil ich anscheinend diesel geklaut habe okay aber es war vor ganz ganz am anfang wo ich auf die insel gekommen bin okay ja und dann bin ich ausgebrochen ja wir haben am anfang doch die leute nicht gefragt ob sie vor strafen haben wir brauchen unbedingt angestellte jetzt merkt man das immer wieder ja seitdem habe ich aber nichts mehr verbrochen ja doch gestern abend haben wir einen anruf bekommen ob ein lukas weit bei uns arbeitet und ein philipp weit ja aber da sind wir nicht schuld ja ich weiß ich habe streichen lassen ja ich habe eigentlich hier schon mit einem gesprochen wer gesagt er wird streichen aber anscheinend hat er es nicht gemacht nein ich habe gestern mit denen geredet und habe eure akten erst mal weiten lassen ich war ganz interessant naja ich weiß kann man sowieso spiele spielen ich weiß einsen späne sammeln da kann man sich in dietrich bauen naja den habe ich jetzt noch okay also mit dem kann man einfach jede tür auf knacken geht es ist sogar hier links wie kommen wir darüber warst du noch nie hier nein also da kann man gleich da da gibt es eine straße okay oder erfahren wir runter werden ja noch park aber bitte irgendwo am parkplatz man die für mich n iitrich noch Nenn ich das so jetzt.